Lalalalalala 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 Diever? Jaaa Raider Hilft das bei Dieben? Ich weiß nicht Obwohl wir nicht fies sind Sind das dann Malle Dieben? Egal Wow Wow Das ist doch nicht das Ende Den klippe ich nachher erstmal Sonst verzeige ich überall Oh das geht eng Schraubst nicht mehr Ja ordentlich Geld drauf und los Achso Lalalalalala 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 Ah Wieso muss ich als erstes mal ein dummtes Denken Du solltest du mir sagen Also da kann ich ja nur nix für Ach und in den Kontext Meteorschlag Was? Es ist spät genug und unser Channel ist auf ab 18 gestellt Lalalala Und was macht dein Sommer Gemüse Fuß? Ist schon besser Der ist bunt wie Gemüse Tatsächlich Schön Ja Du kannst jetzt die große Frage natürlich beantworten Was kühlt besser Erbsen oder Möhren? Es waren ja Erbsen und Möhren dabei Aha Okay Kann ich einfach nur weiterempfehlen Also egal was von dem Sommer Gemüse eignet sich fantastisch von Aldi Aber der große Beutel Also wenn wir uns das nächste Mal treffen Dann machen wir das so Ich nehme immer dann zwei Wassereis aus der Packung Und eins esse ich Und eins packst du dir auf den Fuß Okay Ich meine ich habe ja heute einen hohen Counter gehabt Also insofern ja Ich hoffe dass ich das so schnell nicht mehr brauchen werde Also ne Ach ja das ist gut Ich habe jetzt den Packung Sommer Gemüse Weil das Gelpack nachladen muss So okay Hä Ja Ich brauchte weiter Kühlung für den Fuß Und da blieb nichts anderes mehr übrig Als wie auf das Sommer Gemüse umzuschweigen Ich hatte sonst nichts mehr Pizza ging nicht Das war zu unge Aber die kannst du dir Wenn die so ein bisschen antaut Kannst du die rumwickeln Das ist eigentlich cool Ist das dann Kalzone Fuß? Ich habe Kalzone Pizza und Kalzone Fuß heute mal Ah schön ey Oh Gott Jetzt sag nicht Raid Dass sich das in irgendeiner Form jetzt noch überrascht Bei uns Ne ne So gar nicht Ne ne Aber ich fand das gut mit der Kalzone Das gefällt mir So kalte Lacan hier wickeln sollen auch helfen Ey das twittert der Das twittert der Red gleich wieder Pass auf Party Leaks Ne 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 Ach Party Leaks Wir streamen das gerade Hallo ich clip das alles und dann Achso du clipst es genau Stimmt Ich muss eh so ein paar Sachen schon von Anfang klicken Die René rausgehauen hat Ich mach so großes Highlight Video heute einfach Ist voll geil Ja super Edition 1 oder so So volume 1 Und wenn du das falsch schneidest Ist das dann Clipping Fehler Ah ok Jaja genau Richtig Ja und wenn nichts kommt dann ist es sogar now clip weißt du Weil dann kommt ja egal Ähm Ich spiel mal Reise nicht Was denn Ein Charakter Das Niveau geht immer weiter im Bach runter Da ist noch Platz nach unten glaub mal Das liegt an der Uhrzeit Da ist noch Platz Nein das ist unmöglich Da ist eine gewöhnliche immer dran mit der Couchskiller Das Truppe kann das Niveau nur noch nach oben gehen Da spricht wieder drauf gewiss Strymer Ich hab absolut nicht bemerkt dass der Hanso neben mir stand Wo du jetzt dann wählst Ganz halt die sombre Erst als deine Hand auf deinem Schenkel war was 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 Wenn die Katzenkröte Tatzenkröte Spielt dann Nevermind 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 Clipping Alles klar Nein Nein Oh ich seh schon Wie ein Hauchen geiler Clips hier Ich kann ja nur zwei Charaktere spielen Oder so Oh Oh schade Nimm mal diese unflexiblen Praktikanten Wie das Ich bin Hallo ich bin hier die Couchkiller Praktikantin Entschuldige mal Ich werd hier auch nicht bezahlt Schwarz ohne Zucker bitte Was Schon wieder René Jetzt muss ich wieder in den Keller Mann Zur Kaffeemaschine Ich frage jetzt eher Warum ist sie freiwillig aus dem Keller rauszukommen Wer hat die denn losgelassen Hallo Ist die hier los Hallo Wer hat die Ketten gelöst Das war so nicht abgesprochen Ja Du bist doch extra im Keller weil's da kalt ist Wegen dem Fuß Hallo Ist doch Boah 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 Aua Es tut mir ja auch weh Ja deswegen soll's ja kühlen Hallo Hieße Wer ist im Keller Wer hat alles nicht passiert Hieße Hieße Tada Hahaha What an die Fiese Lache Wow Inserz Evil Lord Ja 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 Statt 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 Ah das war's Ja Das war ne gute Runde Aber nein Ich guck grad so nebenbei zuohren Stell fest ob wir haben das schon wieder Ähm Ich mach' nur so bis 1 Ich sag jetzt mal lieber eine Uhrzeit anstatt 2.3.1. weil wenn das so schnell geht, dann weiß man es ja nicht. Ja. Ist das ein Plan? Ja. Ja, ne? Okay. Ja, ich muss ja dann noch bis um drei die ganzen Sachen da jetzt rausklippen. Das dauert ja... Nee. Du musst den ganzen Stream durchgucken gleich. Du hast verpasst, was René alles schon von sich gelassen hat. Glaub mir, ich muss den ganzen Stream durchgucken. Ja gut, das kannst du gerne klippen. René, ich mach das alles. So ein ganzes Highlight-Video mach ich da. Ja, das ist schön.